Eine Kampfrunde dauert 6 Sekunden. Eine Runde kann den Charakter verschiedene Arten von Aktionen ausführen. Die meisten wie Standardbewegungsaktionen dauern ca. 3 Sekunden. Vorübergehend schnelle Aktionen und Freie Aktionen gar nichts. Oh, da ist es. Mein Volk. Oh, ein Zwerg. Cool. Kampfzwerg mit Irokesen. Zwangsverpflichtet. Kommt mit. Ich habe nicht ruhig alles vertun können. Als sie Soldaten wegtreten, bleibt nur Kjerdi Eisenburg zurück, deren Blick trotz der allgemeinen Begeisterung missmutig wie eh und je ist. Die mürrische Zwergin ist als Quartiermeisterin und Kaplanin von Warnschar für ihre Fähigkeiten bekannt, den Enthusiasmus ihres Kommandeurs zu bremsen. Willkommen zurück, euer Gnaden. Hattet ihr bei der Feierlichkeiten euren Spaß? Gab es genug zu essen? Gut, dann machen wir uns wieder an die Arbeit, bevor ihr die ganze Baronie verprasst. Ihr hättet mitkommen sollen. Es hätte euch gefallen. Ich hasse Westhoff. Abgesehen davon hat sich eine Bande von Banditen in die Stadt geschlichen, während ihr auf dem Ball wart. Und wer hätte sich mit dem Pakt befassen sollen, wenn ich nicht hier gewesen wäre? Aber egal, die Festigkeiten sind vorbei. Ihr seid jetzt ein Baron, also baroniert gefälligst. Mehr gesagt, wenn ihr das sagt, dann baroniere ich mal. Hier ist mein erster Befehl. Ich ernenne euch, Kjerdi, zur Kämmerin. Ihr Sefal werdet mein Regent sein und ihr, Cora, mein General. Noch Fragen? Nein. Dann hat man die Arbeit. Okay, Kämmer Regent. Kämmer. Und Megan sieht, sie fall und kehrt hier eine Weile nach und wendet sich dann dir zu. Er hat ein verschmitztes Funkeln in seinen Augen. Kaum zu glauben, was nach so vielen Jahren auf der Straße, in denen ich die Nächte in Kasernen und Zelten verbrachte, bin ich jetzt ein Baron mit meiner eigenen bescheidenen Resistenz. Ja, es ist herrlich, endlich ein Zuhause zu haben. Jetzt fehlt nur noch eine Familie zu unserem Glück. Als Megan den Blick senkt, umspielt ein sanftes Lächeln seine Lippen. Ja, denn wer braucht schon ein leeres Haus, wenn ein einziger Gefährder ein Echo ist. Tja, unsere besten Jahre liegen noch vor uns. Er schweigt und wird nachdenklich. So, General. Hier ist euer erster Befehl. Sprecht mit Keati und wählt drei unserer Leute aus. Als Waffenbruder aus. Mehr als drei kann ich im Moment nicht entbehren. Jemand muss schließlich die Hauptstadt bewahren. Nehmt nur die Besten, die bereit sind, euch in die Hölle und zurück zu folgen. Sobald ihr sie beisammen habt, kommt sie mir zum Furt. Ihr müsst etwas für mich erledigen. Und darf ich die erstellen? Weil ich brauche unbedingt einen Paladin, der heilen kann und ich brauche unbedingt einen Kleriker. Dann lebe ich länger. Ein Magier wäre auch nicht schlecht. Ein Kanadier ist cool, aber vier Granaten ist scheiße. Ach, Granaten. Ja, das ist schon besser. Schon viel besser. So, alles geht's aufgeladen. Das ist der Krekord, das ist eine Wache. Loot. Nehmen wir mit. Jetzt mal rumkriegen. Alles hier einlooten, was man hat. Bauer, Bauer. Hinten gab's eine Kiste, da ist dann immer die eine Waffe drinnen für, ähm. Ich habe einen Namen verheiratet, für die Vampirin. Vielleicht muss ich die diesmal reintun. Wo dann diese riesen Streitachs drinnen ist. Bestatter? Deine eigene Barronie, das ist ein Ziel, die ich es vorhabe. Hahaha. Ne, ist nicht da. Noch mehr. Loot. Alles mit dem. Daraus kannst du dann später Rezepte machen. Ähm. Kannst du kochen. Das ist der Bonus-Stats und die brauchst du hier ohne Ende. Wie viele Punkte brauchen wir denn für das nächste Level ab? Oh, kurz davor. Das ist gut. Gibt's mehr Bomben. Okay, zu wem soll ich gehen? Nicht zum Bauer, der grün ist. Nicht zum Elch. Das ist, glaube ich, der Händler. Kann ich auch nicht anquatschen derzeit. Okay, dann rein. Dann ist die bestimmt hier drinnen. Bauer, Bauer. Oh, hier noch Loot. Fleisch, sehr gut. Mehl, auch nicht schlecht. Bauer, Sveld. Die Wirtin der Taverne, ein sommersprassiger Halbling namens Veldit, winkt dir freudig zu. Oh, wie ich hörte, seid ihr jetzt General. Glückwunsch, das muss gefeiert werden. Wollt ihr ein Bier oder nur ein Wasser, solange ihr im Dienst seid? Ihre Frau Carida hört auf, die Gläser zu polieren und verzieht das Gesicht. Wäre ich der General von Warmburg, müsste ich den Tag wohl mit einem Gläschen Gin beginnen. Aber, das machst du doch sowieso. Wer sagt, eine Tavernenwirtin hätte ein leichten Leben als General. Was steht auf der Karte? Wie seid ihr im Warmburg gelandet? Was steht auf der Karte? Hier, sucht euch was aus. Okay, das ist der Handel. Können wir kaufen. Keine Waffen, keine Rüstung. Und hier gibt es Rezepte. Was sollte ich noch nicht geben? Ich habe nur 25.000. 25.000. Das ist überall. Gekauft, gekauft, gekauft. Gehandelt. Hier kann man schon mal reinmachen. So, habe ich schon mal die ersten drei Rezepte. Kopieren. Kopieren, kopieren. Fuckin, hebe ich mir mal auf. Die Dame ist ja auch nicht da. Wo ist denn? Gehst du? Vorrede ist ja gut. 25.000. Wie toll sind dann die Helden? Okay, ich soll die eine Dame suchen. Quartiermeister. Knirsch. Ja, ich soll die. Ich soll die. Das ist doch da unten. Da. Kear die. Drei Mann soll ich auch suchen. Kear die Eisbock, die einzige Quartiermeisterin und Kaplanin von Warnschar begrüßt dich in ihrer neuen Stellung als Kämmerin von Warnburg mit einer höflichen Verbeugung. In all den Jahren, die du mit der humorlosen Zwergin in einer Gruppe verbracht hast, hat sie höchstens viermal gelächelt. Und das nie, wenn sie nüchtern war. Dann seid ihr mit der Feierei also fertig. Hattet ihr Spaß? Dann lasst uns zum Geschäft kommen. Mein Bauch sagt mir, dass sie uns nicht friedlich in diesem Land werden leben lassen. Ihr könnt froh sein, eine einfallsreiche Seele wie euch am Leben zu lassen, die an der Seite zu haben. Entschuldigung, mein Fehler ist spät. Natürlich könnt ihr das. Ohne mich wärt ihr allesamt Bittsteller. Aber warum schmeichelt ihr mir so? Seid ihr hinter meinem Bier her? Ich gebe heute kein Aus. Macht euch keine Hoffnung. Ihr seid heiter wie eh und je. Was sollte mich erheitern? Eine Baronie ist natürlich ein einträgliches Geschäft. Aber habt ihr eine Ahnung, was es heißt, Cameron zu sein? Schon die Stellung als Quartiermeisterin war ein Stachel in meinen Arsch. Aber das hier gleicht eher einer Wiebernklau oder einer ganzen Wiebern. Ich brauche die Hilfe eines Priesters, das ist gut. Warum tüftet der Vater der Schöpfung immer noch an uns herum? Ich sage euch, eines Tages wird er die Geduld verlieren und dann sind wir alle erledigt. Aber gut, ihr könnt jede Schriftrolle, die ihr braucht, bei mir kaufen. Ich kümmere mich um alles. Glaubt aber nicht, dass ich euch nachlaufen werde. Wenn ihr euch auf den Weg macht, solltet ihr am besten einen Kleriker mitnehmen. Oh ja, ich brauche Ausrüstung. Ich will jemanden aus der Gruppe einer Expedition unternehmen. Erstmal hier. Ich würde Gertrück den Raubbocken und Tehara empfehlen. Es wäre da eine Verschwendung, wenn ein derart starker Priester und Kämpfer, der Feinde mit bloßen Händen ein Stück reisen kann, auf Patrouille versauern würde. Und Tehara, diese dummtreiste Spinnerin. Wir sollten sie nicht länger in Warmburg einsperren. Was, wenn sie sich an die guten alten Zeiten erinnert, als sie noch Piratin waren? Na schön, ich nehme diese drei. Ich will sie selbst auswählen. Nehme ich die drei, oder? Das ist das Problem. Wenn ich die selbst erstelle, dann... Die kommen, die drei ist sehr stockmäßig, oder? Hab ich mal acht, ich nehme. Warum drei? Ich habe nur von zwei gesprungen. Okay, die drei kommen mit. Darf ich jetzt bestimmt Levin erstmal mit Baronenwahren sprechen? Ausrüstung. Ich brauche Ausrüstung. Zeigt mir, was ihr habt. Sucht euch was aus, aber glaubt nicht, dass ihr genau hier irgendwas umsonst bekommt. Befehl ist Befehl. Okay. Wir brauchen erstmal Waffen. Okay, das ist die Gruppe. Die kommt mit Schwer... Warte, Doppelschwerter gleich. Cool. Wieso kommt der Kampf los? Kommt mit einem Bogen. Kampfstab. Der hat zwei Dolche. Da will ich mich erstmal kurz informieren, bevor ich was kaufe. Wer ist wer? Charakter, klasse. Okay, sie ist eine Weitläuferin. Wer ist ein Mönch? Kennt er heilen? Drachenzorn. KI-Kraft, zusätzliche Kraft. Betäubender Schlag, alles deaktiviert. Ja. Knarrt ein Stoß. Erster Heiler. Erster Heiler. Das ist aber zu wenig Heilung. Braucht viel mehr. Klasse. Kläriker. Das ist zu wenig. Braucht mehr Heilung. Okay, ab das Zauberbuch. Alles schon mal vorbereiten. Arkanbogen. Will das Tagebuch. So, warte. Nochmal. Die war. Die ist Granadier. Ah, ne, ich bin Granadier. Die ist der Weitläufer. Okay, damit habe ich zwei schon mal hinten. Okay. Zauberbuch. Orkanbogen. Level 1. Wird dazu beschweren? Naja, sagen wir zweimal Orkanbogen. Er kann sie nicht lernen. Er kann keine Zauber. Er hat Zauber. So, zweimal Segen ist geil. Magische Fänger. Der ist aber auch ein Weitläufer von hinten, oder? War das auch? Charakter. Klasse. Kleriker. Mit Bogen. Dann habe ich jetzt schon drei Mann hinten. Das wird blöd. Okay, Zauberbuch. Segen ist geil. Göttliche Gunst ist nur eine. Segen betrifft alle. Das hat derben. Das ist nicht schlecht. Geistesbeeinflussung. Furcht. Zwang. Emotionen. Negative Emotionen. Kräcke durch Strahl. Furcht. Übelkeit. Bannen. Können wir dem viermal Segen mit? So, auf Level 2 hat er gelernt. Tier festhalten. Fall der Ordnung. Obwohl, festhalten ist auch okay. Teilweise genesen ist jetzt nicht so doll. Personen festhalten. Ich meine, das ist gemeinschaftlich Schutz einer Gesinnung. Nö. Bin ich jetzt nicht so doll. Lebensaufheben ist auch nicht so doll. Teilweise genesen ist nur relativ. Ja, das ist schon besser. Aber ich hätte es gerne auf alle. Ich kann es zweimal heilen. Dreimal heilen. Komm rein damit. Was machen wir damit? Schrifträumen. Tierbeherrschung. Oh, ist neu. Zauber funktioniert wie Person unbeherrschend. Wird aber auf Kreatur Dings gemacht. Oh ja, das ist gut, alte Gebet. Gemeinschaft, wie Energie wieder stehen. Ach, das ist doch scheiße. Ich brauche den Zauber und ich brauche das Gebet. Beides. Ist das doch Mist. 7000. Tote beleben. Ist auch geil. Ach, Mann. Komm, 2 Millimeter ein. Die haben wir. Die haben wir auch. Okay, dann haben wir das soweit. Dann ist einkaufen wir die Jungs. Hier mit der Duft der Ausrüstung. Du stehst da vorne. Ich meine, wie viel Geld habe ich? Wo steht das? 25.000. Da müssen wir doch irgendwas leisten können. Vier beschlagene Rüstung. Ringer, Amulette. Schutzring für 2000. Gewährt plus 1. Großen Konstellation. Riesenstärke. Unglaubliche Geschicklichkeit. Stirnreif. Intelligenz. 4000. Weisheit. Charisma. Flinken Fäuster. Noch mehr Fäuster. 1,6. Plus 1 Rüstungsklasse. Schadenswürden. Natürliche Waffen. Ach, Mann. Du weißt, wo du noch nicht was du kaufen sollst. Armsteigen, Gewehren und Träger. Ein Rüstung Bundesvon plus 3. Jetzt wird er eine Rüstung tragen. Er trägt keine Rüstung. Und über eine Rettungswürfe. Blablabla. Für 9.000. So, jetzt hat der schon mal hier. Was muss ich hier einlegen? Handeln. Umblick werden Träger plus 5 und plus 1 auf Angriff und Schadenswürden mit natürlichen Waffen- und wehrlosen Angriffen. Amulett. Warte mal. 1,2,2,2,3,4. Er hat auch 3,4. 1,2,3,4. Genau. Gürtel der Riesenstärke. Ja, schon. Der braucht wohl ihre Geschicklichkeit. Schicklichkeit, Bonus ist nicht konformativ. Nein. Er ist ein Zauberer. Könnte das hier hinten nochmal hier brauchen. 21.000 bin ich Gleiter. Nur für ein paar Ringer. Spindroll. Scheiße! Ohne Rüstung. Das ist nur der Zusatz. Bogen-Geschicklichkeit. Er hat schon Geschicklichkeit. Bisschen Stärke. Bumm geht er raus. Nehmen wir ja Stärke mit. Ach, das ist doch krass. 16.000 gekauft. Nur für ein bisschen Ausrüstung. Das ist scheiße. Ohne Rüstung geht er ran. Das ist Mist. Wieso habe ich jetzt noch irgendein zu viel? Ah, hier. So. Da kommen sie wenigstens ein bisschen Rüstung. Okay. Eingekauft haben wir. Dann hoch zur Festung. Auf zu Warnburg. Da hat hier irgendwas. Irgendwas hat er her. Auftragsmäßig. Und dann irgendwie XP zusammenholen. Damit die sofort Level 6 werden. Dann bin ich mal gespannt. Okay, mein Kapitan. Mighar steht halb abgewandt vor dir. Er wirkt angespannten Staatenslehrer. Ohne sich umzudrehen, beginnt er zu sprechen. Cora, ihr kommt genau richtig. Wir müssen über den Zwischenfall in Dunkelwacht reden und über tausend andere Dinge, die über uns hereingebrochen sind. Meine Ernennung zum Baron eingeschlossen. Erstens. Was muss ich über den Zwischenfall in Dunkelwacht wissen? In meinem Reich gibt es einen Ort der Stadt, der leeren Augen genannt wird. Bis vor kurzem galt die Gegend als vergleichsweise friedlich und harmlos. Als neuerdings, aber neuerdings gehen dort seltsame Dinge vor. Vorsicht. Laut unsere Spieren haben Zentauren die Einheimischen angegriffen und eine Bande von Halsabschneidern treibt sich in der Gegend ihr Unwesen. Ich möchte wetten, irgendetwas hat die Zentauren und Banditen auf den Plan gerufen. Etwas gefährliches. Oder sie werden von etwas Wertvorderen angelockt. Ja, Gold. Gold ist immer gut. Eines Tages werde ich sicher ein kultivierter Baron sein. Dann sitze ich auf meinen Thronen, Schliffe, Wein und werde fett. Aber bevor dieser wunderbare Tag kommt, möchte ich den Abenteuerung von Warnscha noch einige Kapitel hinzufügen. Wenn ihr also bereit seid, General, meldet euch. Ich brenne darauf, mir die Beine zu vertreten. Ich bin ebenso bereit, nach Dugwort aufzubrechen wie unsere Leute. Seid ihr sicher? Diese Entscheidung liegt bei euch. Aber ich werde euch hart rannehmen, wie in den guten alten Tagen. Wir werden keine Zeit für Tagträume oder die Aufstockung unserer Vorräder haben. Ich werde euch aber Heidring holen. Ne, komm, wenden sie mal ready. Wenn's daneben geht, Pech. Sprechen wir? Geht das? Ne. Keine Zeit für Vorräder. Dann. Kaufen oder nicht kaufen. Ach, Mann. Der meint das bestimmt ernst, sie werden keine Zeit für Tagträume oder Aufstockung unserer Vorräder haben. Der meint das bestimmt ernst. Kaufe ich jetzt aber Heiltrinker? Oder spare ich das Geld für bessere Sachen? Dann. Also. So.